Hallo Leute, heute in Weihnachtsstimmung. Alle Jahre wieder kommt das Christkind. So auch heute am 24. Dezember. Mir ist ein Gedicht zugeflogen, dessen Autor unbekannt ist. Aufgrund seiner Klarheit und Wahrhaftigkeit jedoch wert vorgetragen zu werden. Vor allem deswegen schon, weil sich die Menschheit wieder vermehrt der Dunkelheit zuwendet. Ein Stern führt durch die Dunkelheit und leuchtet durch die Nacht. Er kündigt uns den Heilern an, denn bald ist heilige Nacht. Er bringt uns Hoffnung, stille Freude. Das Wunder ist so nah und alle Jahre wieder wird es wieder wahr. Ich wünsche all meinen treuen Sehern und Zuhörern, auch all jenen, welche andere Glaubensgemeinschaften angehören, eine besinnliche Zeit. Und noch eine Bitte vom Christkind. Hört mehr auf euer Herz und seid so oft es nur geht gnädig mit euren Mitmenschen. Denn nur so kann ein friedliches Koexistieren überhaupt erst möglich sein. Und somit haltet die Ohren steif und die Umwelt sauber. Ein festliches Juhu! Eure Frau Minze Eure Frau Minze Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!